BOOOOOMM! What's all my people! Wir sind wieder pegging it again of the fucking swizzers. So! Ähm Wir sind heute Elijah hier! Kядes legst du schnell vor, für dich nicht kennen. Mein Name ist Elijah. Eu-Francer, Comic Creator, Nyentza. Nyentzani? Ja, Bro. Alter, what? Okay, okay, okay... Ich frage, wie alt hättest du mich geschätzt? Ich dachte, du bist so my age, so 20, 21, 22... Okay, mal be, mal be, mal be. Ja, Aargau, City. Ja, Sir, der Bo ist Influencer. Genau, du bist auch in den Influencer Awards, oder? Ja, Bro. Crazy, Alter, crazy. Du bist Top 3, oder? God damn, man, damn. Das ist crazy. Ja, Sir. Für uns hat es leider nicht gelangt. Ja, man, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it, Alter. Was machst du so viel Content? Wie würdest du deinen Content so beschreiben? Also, welcher Kanal? Ich habe ja Schweizerdeutsch, international, aber international würde ich sagen so Fashion, Beauty, Lifestyle, Comedy ein bisschen. Ja, und Schweizerdeutsch halt eher Comedy und so Lifestyle. Ah, okay, 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 okay. Bro, wie lange machst du schon Videos? Bro, so eine Story erzählen, wie ich überhaupt reinkomme oder so. Jalla, also. So, 2020, so Screentubing. Kennst du Screentubing? Screentubing? Ja, Bro. Du nimmst Gameplay, so Minecraft-Gameplay und du so Q&A, weißt du, nur mit deiner Stimme. Ah, yeah, yeah, okay, okay, okay. Check, check, ja. Und dann haben mich halt immer die Leute gefragt, so wie, wie siehst du aus und so, mach Face-Reviews und so. Das habe ich auch gemacht und die Kommentare wirklich. Explodiert? Ja, Bro, es ist crazy gewesen. Mit den Hös. Ja, ja. Mit den Hös. So cool, 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 cool. Ja, nein. Nachher habe ich dann einfach wieder in so Face-TikToks gemacht und so. Ja. Und dann haben wir es halt so explodiert und... Das ist hart, Alter. Yes, Sir. 2020, das ist so Covid, oder? Ja, ja. Da war die Shade am Handy, Bro. Du weißt, weißt du, so. Bro, wöre Feder an die Blower bei Covid. Kann ich sagen, ehrlich. Das ist in IG. Weißt du, so. The Riz, Bro. Like, like, look how it goes off the spawns. It's not real honey. You know what real honey looks like? It's you. Okay, okay. Weißt du, weißt du? Der zieht. Kann ich das so einer Bitch schicken und sie... Und sie will so gut ausbanden? Ey, Bro, das kommt doch mal viel Unerwartung. Weil die denkt, ob es mit dem Honig falsch, weißt du? Mhhh. Ach, das ist so eine Beziehung, so. Weißt du, weißt du? Ja, ja, ja. Boah, Chad. Was fängt, dass so eine gute Pick-up Line einfach das Video in ihnen schicken? Das wäre schon. Et voilà! Den können wir schon mal bringen, Alter. Was machst du beruflich so? Also bist du full-time? Ich bin full-time. 100%. Ohne Scheiss. Ja, ja. Also gerade 10. Schuljahr angefangen, Bro. Nach zwei Wochen abgebrochen. Was? Ja. Das ist tough. Also, mit was machst du Placements oder TikTok? Nee, Collapse. Ja, TikTok kannst du in der Schweiz sowieso nicht verdienen. Was hast du denn so für Placements oder Collapse? Ähm, die letzte, die gewesen ist, ist Gob. Gob, okay. Ja. Ähm. Was ist noch gewesen? Mhm. Ähm. Zalando habe ich wieder daran erinnern. Zalando? Cola. Cola. Coca-Cola. Burger King. Okay. Ja, das ist die, die ich mich gerade daran erinnern kann. Nein. Was ist so dein Ziel mit dem Content? Mein Ziel? Ja, ja. Ähm. Bro, Karni. Come on, man. Nein, Joke. Ähm. Ich habe einfach selbstständig, weißt du, fulltime selbstständig. Ich lebe jetzt noch bei meiner Mom. Okay. Und Hilfe wird dort ein bisschen so. Aber mein Ziel ist wirklich so, weißt du, eigene Wohnung, weißt du, eigenes Haus, weißt du, weißt du, einfach von dich sein und einfach von deinem Leben. Weißt du, neben deiner Firmaaufnahme, das ist auch eine andere Geschichte. Oh, okay, ja. Also, von was will man da sagen? Close? Nein, 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 nein. Du hast noch nichts. Dienstleistung, Dienstleistung. Okay, okay, okay. Bro, will dich Loki einfach rich. Bro, will dich Loki einfach rich werden, ja. Aber Bro, wer will nicht rich werden? Ja, on God. Also, klar, ich mache selbst Spass, so. Ja, ja. Aber, ich meine, schlussendlich brauche ich Geld, weißt du. Safe. Ich stimme dir zu. Also, safe. Aber, ja. I don't know. Also, willst du, wie willst du denn so Videos machen? Oder hast du mal so eine andere Schiene machen? Ich würde es mehr so driften in comedy rüber. Ja. Weil, ich finde so, Beauty ist so, echt, wie sagen wir das? Es ist echt so ausgelutscht. Ja. Es ist echt so, jeder muss so Filter haben und jeder muss so das und das und so. Und ich merke es richtig, Alter. Wenn du keinen Filter benutzt, bist du weg. Und Scheiss. Ja, ja. Und ich würde einfach so, weisst du, Bilder bearbeiten und so Schild und so. Weisst du, ich würde eher so meine Comedy rüber. Aber gleich noch etwas das machen, was ich mache, weisst du? Weisst du, langsam. Ja, Bro, wir müssen auch so ein wenig wissen, so. Ja, ja, ja. Ist gut. Wie viel, wie viel so, wie viel so Höss slidet so in, so täglich so. Bro, sag ich ehrlich, so 2020, wo ich voll im Hype war, Bro. 100 DMs wirklich in den Tag. 100?! Bro, das ist crazy gewesen. Aber nicht nur Hosen, auch Gays, wo wir... Gays? Wo haben wir... Wo? Wo wir dick... Sind die dick schickt? Nein, ja. Ich höre immer noch. Was? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist crazy. Das ist dumm, das ist dumm. Aber heute so... Okay. So... Ich weiss... Normal, I guess. Aber Höss sind da, also sie sliden in, so. Ja, ja. Es leidet so... Hey, oder so... Hey, ja. Das ist hart. Wer ist so dein Lieblings-Creator? Äh, ich sag dir ehrlich so, Chris kennst du, oder? Mhm. Früher war meine Inspiration, jetzt bin ich halt so mit ihm. Äh, aber Inspiration... Also einfach dein Lieblings-Wer schaust am liebsten so. Ah, wer schaust am liebsten? Ja, ja. Fair for Reason. Ich bin... Fortnite, Bro. Ich bin voll in Fortnite drinne. Ach, du beginnst Fortnite? Ja, voll. Voll drinne. Riesen. Ich kenne den Anfang, aber ich... Ja, Bro. Ich bin... Bei den Deutschen bin ich gar nicht dummer. Ah, fair fair fair. Ausser vielleicht so Sydney, schau mal. Fair, ja. Sydney ist hart. Ähm... Aber so... Ich bin halt eh bei den Amis. So... Neue Face... Faceclans, hast du gesehen? Da mit... Face Lacy... Ja, aber... Aber noch die... Die einen wie Garl, sie heisst sie. Korlog? Ja. Nein, nein, nicht dort. Aha, okay, okay. Maxi-212-sagt so lange mit Daniels Lamp. Alles G-U-E. Doch, Daniels Lamp ist eigentlich auch hart. That's your baby, kann ich noch einmal gleich noch reinschauen. Nein, nein. Den kann ich mir nicht geben. That's your baby? Nein, nein, nein. Den kann ich mir auch nicht geben. Kaisernett, ja. Kaisernett ist halt schon... Er ist schon der King of Sweden. Er ist schon der King, Alter. Er ist schon der King, Alter. Aber Lieblingsrader ist eigentlich schon Coach Andy. Okay. Der Cap. Der Marli. Marli ist auch sehr tough. Eligella. Eligella ist crazy. Der ist halt einfach... Ich fühle seinen Konten nicht. Ich kenne ihn. Bro, er ist einfach ein Macher, Bro. Das stimmt, das stimmt. Er ist ein Macher. Du fühlst Yid? Anders. Ist das sein Favourite Artist? Bro, ich habe drei. Okay, sag mal. Cardi, Yid, King Carson. Aber, aber Bro, Bro. Aber wenn du mich jetzt fragst, nenn ein Lied, ich kenne genau ein Paar. Aber nicht jetzt so Carnival-Saga und so. Carnival? Nein, das ist doch vom Canyon. Ja, aber das ist mein Favourite Cardi. Nein, nein, nein. Okay. Okay. Und der Goat so? Der Goat für Musik? Ja. Travis. Oder Juice. Warte, ich gebe dir jetzt nochmal die Möglichkeit zum Anderen. Travis ist der Goat. Bro, what? Der Goat ist da. Jetzt ist er auch noch schnell da. Ah, dein Goat ist auch da rum. Oh wie, oh, oh wie. Oh, chat, Alter. God damn. Was für oh wie ho, Alter. Wie geht das? Das LIH134 sagt, schieb ihn heim. Schieb ihn heim. Oh. Look, Travis ist hart. Und Travis ist quasi in der Prime so. Aber Travis Goat ist crazy, Bro. Wie viele Monate verdient er? Was sind so Zahlen? Vier oder Vollstellung? Ich sage einfach nichts dazu. Ich sage nichts dazu. Ich sage nichts dazu. Fünfstellig, chat. What? I've made a reach. That's crazy. Vier verdient mehr als mein Arsch, Alter. Kann man dich klären? Ich glaube, es ist an dich. Es ist an dich. Es ist an dich. Es ist an dich. Es ist an dich, Bro. Er ist 1,80. Single. Ich kann nicht. Nein, man kann mich nicht klären. Du ziehst noch einen Atmen und werden wir durch. Es ist Oktober. Ja, jetzt dann, ja. Ich bin ready. Aber du sagst, fuck, jetzt mache ich nicht. Bro, das Ding ist, ich habe letztes Jahr versucht. Und nicht? Bro, 14 Tage danach bin ich weg. Damn. Was ist so dein längst? Ich habe letztes Jahr durchgezogen. Cap. Cap. Voila. Ich schwöre, ich habe durchgezogen. 30 days, Bro. 30 days. 30 days. Das Jahr. Weil ich habe gerade jetzt angefangen mit einer Show zu sprechen. I like her. Check, check, check. I like her, yeah. Bei mir ist ja immer so, es gibt eine, es kommt eine. Und dann bin ich mad, so, weisst du? So. Und dann geht es raus. Så, just, äh. Und dann bin ich so... Fuck, fuck. Fuck, girls. Danach bin ich so im Future Mode. So, zwei Wochen. Und dann schreibe ich wieder mit einer, Und dann bin ich so... Ja, ja. Ja, check. Bro. Was bist du so ein Loverboy oder so ein Füruuugi? Was? Bist du so ein Loverboy oder so ein So eine... Bro, so ist es. Vier Jahre Single. Single? Aber Lover. Loverboy, ja, so is it shit. Lieblingsanime. Ich fühle Tokio Revengers gerade. Das ist geil. Ähm... Ja, let's it. Ah, Attack on Titan ist auch crazy. Ja, Attack on Titan ist so... Bro, die vierte Staffel. Mindblood. Alter, die Plot-Twists. Das ist crazy. Ich weiss halt nicht... Naruto habe ich schon gefühlt. Naruto war hart. Aber jetzt wieder so. Der Effort wieder so. Naruto-Grime. Das ist crazy. Das Ding ist halt... Ich würde dir gar nicht Naruto empfehlen. Nicht? Nein, Bro. Der Anfang anime. Naruto ist so... Classica, zu lang, zu viele Filters. Und Shippuden ist so... Ach, Shippuden ist hart. Ja, es ist geil, aber... Naruto ist goaded. Gleiches Ding. Das ist goaded, weisst du so. Aber... So zu Anfang würde ich jetzt nicht... Ich hatte mit Naruto angefangen. Wegen dem habe ich so eine lange Pause gemacht. Ich denke an jeder Anime. Ah, damn. Deswegen so... Zum Anfangen... Death Note fühle ich. Death Note ist geil. Tokyo Ghoul. Ähm... Promised Neverland. Okay. Weisst du, die sind tough zum Anfangen. Aber so der Rest ist so... Kennst du... Ist schonmal eine Bekannte Person bei dir gescheitert? Einfach in dir, aber es ist nicht irgendwie unserem Fleury-Shit. Schreck, Bro. Ja? Das Einzige, was ich mich daran erinnern, ist Prime. Prime? Prime? Einfach am Susten... Prime Hydration! Drink! Yeah, yeah. Was? Ähm... Prime ist... Chat, chat, man hat zurückkommt und macht so, dass irgendetwas passiert. Irgendetwas, weisst du richtig schreibst. Oh mein Gott, und so. Bro, ich weiss. Fürs Vorspieler. Oh, shit. Von... BVB. BVB, wer? BVB, der... Warte, lass mal zurück. Er hat zwar irgendeine eigene Marke gehabt und hat mir irgendetwas zuschicken wollen. Drake, got shot. Einfach die am Liegen liegt. Hast du in die geliegt? Was laverst du? Okay, jetzt schau dir gleich raufhören. Also, du machst so... Mal zurückkommt so... Machst du, weisst du, ist so schlimm und so. Aha. Ah, weird, Alter. Weird. Er ist irgendein Türke, glaube ich. Ein Türke? Imre Can? Der hier, der Imre Can. Imre Can? Ja, ja, der seine Marke da. Ah, ja. Imre Can? Nice. Cool. Okay. Das ist hart. Ciao, come stai? Sono bene, tu? Ich auch. Wollt ihr euch ein bisschen beinbringen? Nein. Wie kann ich schon die Polle auf Italienisch arbeiten? Ehm... So gute Anmachgespräche. Ciao, ragazza. Ciao, ragazza. Ciao, piccolo ragazzo. Ich weiss, was das heißt. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ah, nein. Hell nein. Bro. Wie sage ich so? Du siehst gut aus. Sei bella. Sei bella. Sei bella. Ciao, ragazza. Sei bella. Ich weiss. Okay. So, du wirst die Nummer, was du? Posso? Posso? Posso il tuo numero? Posso il tuo numero? Posso il tuo numero? Posso? Posso? Il? 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 Il tuo numero. Outro